Wir für uns haben entschieden, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir Autos nach Westafrika bringen, um die hier zu versteigern und den Erlös zu spenden, sondern wir wollen auch anderen Leuten zeigen, was hier vor sich geht oder wie so eine Reise abläuft, um eben auch andere Leute zu motivieren. Das ist ein ganz anderes Reisegefühl, was man so glaube ich nicht erleben kann. Man hilft den Leuten halt vor Ort, lernt sie kennen und die Umstände kennen und sowas kann man halt nur erleben, wenn man den Weg selber fährt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.